Winterabend, du gehst nicht ans Schlafen, denn schon morgen kommt der Weihnachtsmann. Deine Wünsche hast du ihm geschrieben und du brauchst das, der sie bringen kann. Ein paar neue Möbel für das Puppenhaus, einen Streckpullover für die Spielzeugmaus. Schließ die Augen und fang an zu träumen, wenn es kalt bleibt, schneit es noch heut Nacht. Unsere Welt ist plötzlich wie verzaubert und du freust dich, dass Knecht Ruprecht lacht. All deine Gedanken liegen hin zu ihm. Schick ihm deine Träume, deine Fantasie. Wenn du groß bist, wirst du dich erinnern, wie die Weihnacht früher einmal war. Dieser Zauber soll dich stets begleiten, damit jeder deine Wünsche war. Dann bekommst du wirklich alles, was du brauchst. Dann ist alles möglich, wenn du daran glaubst. Dann ist alles möglich, wenn du daran glaubst.